Was hat mich beeindruckt? Ich habe einen sehr guten Eindruck gehabt. Die technische Ausstattung ist etwas, was ich bei uns nie so gesehen habe. Und auch was mich beeindruckt hat, das ist, wenn man hier hereinkommt, dass man sich die Hände desinfizieren muss und auch die Schuhe. Das ist alles, das sieht man sonst irgendwo. Das macht schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Auch die Beratung war dann sehr, sehr gut. Ich bin ja mal hierher gekommen, um mich zu sehen. Ich habe mich dann sofort entschlossen, mich hier behandeln zu lassen.